Er sagte, Ibn Abbas, der Gesandte, sallallahu alaihi wa sallam, trat einmal bei einem wüsten Araber in das Haus ein, um ihn zu besuchen. Dieser war krank gewesen. Dann sagte er, la ba'sa tahurun insha'Allah. Sozusagen im Deutschen sagt man, gute Besuch. Hier haben wir schon mal was gelernt. Wenn ein Kranker vor uns steht, dann sagen wir, la ba'sa tahurun insha'Allah. Was bedeutet das? Du sollst keinen Schaden dadurch bekommen und es soll dir insha'Allah damit deine Sünden vergeben werden. Dann sagte dieser Arabi, von wegen Besserung und kein Schaden soll mich erfassen. Kalla, keineswegs. Vielmehr ist das so ein unerträgliches Fieber in einem alten Mann. Und dieses Fieber wird ihn, er redet über sich, dieser alte Mann, wird ihn noch in sein Grab hereinbringen. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ So soll das dann auch sein. So wie du denkst, über Allah, subhanahu wa ta'ala, so ist auch das, was du bekommen wirst. Je nachdem, wie unsere Vermutung ist, so wird auch entsprechend Allah uns so behandelt. Und wie viele Leute, wenn sie krank werden oder ihr Vermögen verlieren oder ein Kind verlieren, dann sagen sie, warum ich, hätte Allah keinen anderen finden können, das ist nichts anderes. Er will mich nur bestrafen, so ist das eine Strafe von Allah. Wer die Prüfung auch immer akzeptiert, so ist Allah mit ihm zufrieden. Und wer zornig ist, wütend ist auf Allah, so ist Allah mit ihm unzufrieden. Okay, ich habe es jetzt nicht verstanden, Abu al-Bara, warum ist Allah mit mir unzufrieden? Er hat mich doch geprüft. Er weiß doch, dass ich das nicht einfach so aushalte, richtig. Aber ich frage dich jetzt eine Gegenfrage, lieber Diener. Warum hat Allah dich geprüft? Antwort, richtig, weil er dich liebt. Und so hat Allah dich geprüft, weil er dich liebt. Und du hast die Liebe Allahs umgeändert in den Zorn Allah. Hättest du dieses nur akzeptiert, hätte Allah dich geliebt. Und Allah hätte dich dafür belohnt. Aber nein, du musstest mal wieder den Grießgrämigen spielen, diesen Meckerschlumpf. Es gab immer einen Schlumpf, der hat immer gemeckert, egal die ganze Serie. Du bist dieser Schlumpf, Abu al-Affat, Walad-Schlumpf, weil der war klein. Warum? Meckern nicht, sondern vielmehr sei dankbar, dass Allah dich liebt und deswegen hat er dich geprüft. So berichtet Abu Huraira, dass der Gesandte einmal zu einem Mann rausgegangen ist, um ihn zu besuchen, der zu seinen Gefährten gehörte. Er hatte einen schlimmen Schmerz und er hatte dieses heiße Fieber, liebe Geschwister. Schaut mal, was der Prophet dieser kranken Person sagte. Er sagte zu ihnen, walisch Allah subhanahu wa ta'ala sagt, dieses Fieber, welches meinem rechtschaffenden Diener getroffen hat, so habe ich es über ihn eingesetzt, damit das sein Anteil an Feuer für das Jenseits Yawm al-Qiyama ist, bedeutet, das war, was er in der Dunja als Strafe bekommen hat, damit er es nicht im Jenseits im Höllenfeuer als Strafe bekommt. Allahu Akbar.